es gibt vier kommt es gibt vier kommt und damit herzlich willkommen zu einer team server games mit dem klima 07 heute ist ein vollkommener tag so viele files ich glaube irgendein sohn hat mein test geschießt aber egal wirklich nicht was gemacht mein test gefriest das verstehst du nicht vielleicht ja doch das ist das mal das correct mit look hat das erste neue starten muss und dann dauert erst was anklicken kann aber es ist immer von das ist das ist immer verstärkt und diese ist ein richtiger stehre jetzt muss ich hatte heute werden einfach nach hinter dich das ist wirklich wir können weiter eine summe mit mit dem bogen das ist das ist das direkt ist dass der zwölf und das das mädchen in distrikt 12 in normalen hunger ganz kann auch gut mit bogen schießen deshalb ist das so verstehst du das ist so zu den so aber aufgang eigentlich ja da hoff der der den reifen der wo w w w w w w w w Wauw, ey! Nee, wo kann ich, bitte nicht, Wofgang. Erster! 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 Naah! Wauw! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Der Spieler! Ja, nur vom Dach. Schnell weg hier laufen. Es ist okay, mein Helo. Oh ja, nicht hauen in der Morgen. Oh ja, nicht hauen. Oh! Ich glaube, ich glaube, ich habe nichts. Da ist es immer großartig. Das ist die Kirchen. Ich habe den Kirchen. Und ich habe keinen Ball. Ich bin hier gerückt. Ich habe es in der Tür. Und das ist kein Problem. Ich bin auf dem Wurfgang. Ich bin kein Problem. Ich bin ja zu Hause. Ich bin ein Hauses. Na, ich bin mir wieder auf dem Kauf. Schauen wir mal hier an. Ja. Warum ist er gekriegt? Doch wo ist schwer? Wolfi. Was ist ein Mensch? Fällt er nichts, oder? Ja, eben. Wilde Gratis? Nein, das ist nicht er. Das ist nicht er. Okay, das ist nicht er. Oh, hallo. Hallo, Wolfgang. Was ist untergefallen? Hast du keine Waffe hier? Nein. Das ist eine waffenlose Map. Gibt es diese Map? Nein, gibt es nicht. Nein. Nicht runter, Wolfgang. Spring du in den Zug, ich mach das Kiste auf. Und in das Kiste ist nichts. Aber, Wolfgang. Boah. Dann lass mal da hinlaufen. Ja. So ist das. Ja, ja, weh, weh, weh. Hat euch eine Kiste mit zwei anderen drin? Rechtlich unnötig. Da sterben die ganze Zeit Menschen, wann was? Woran? Ja, ja. Exakt. Sehr fest, wird er immer etwas schwer. Rump? Bö, bist du Rump? Entschuldigung. Oh, nee. Was ist denn gett der? Immer noch kein Waffe. Nehm du den Hörern, vorte? Es ist okay. Care Package, das ist nur zum Care Package. Da. Ich hab ja... Ah, das ist ein Problem. Ja, hab ja auch. Hast du ein Schwert? Nee. Wo bist du? Läufst du zum Care Package? Ja. Okay, ich auch. Spide Invasion. Ja, renn weiter einfach. Oh, ne. Schwert das. Egal. Oh, direkt vor meiner Fresse. Aua, schon wieder. Die sind stärker geworden. Die Spinis. Oh, nee, wo ist denn das Care Package? Wo sagt man nicht, dass sie in der Burg drin sind? Er schreibt mich die ganze Zeit beim Test an. KKLP wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich auf meinen Test gefreezt was das. Ich hab's Care Package. Hast du ein Stick? Ist in der Burg wahrscheinlich. Ja, hab ich. Oh, bist du? Okay. Ja. Nehmt das, dann kann ich mir ein Eier-Essen-Schwert machen. Okay. Das kannst du auch nicht mehr. Okay, komm mit. Hast du Essen für mich? Okay, hab's gut. Nein, hab's gut. Ja, hab ich auch. Ein bisschen. Da ist schon eine Kiste, oder nicht? Nee. Okay, gut. Geh mal. Ja. Warte, da hinten war beim Zug, war Werkbench. Ah ja, genau. Die Werkbench beim Zug. Wir kennen die nicht. Aber einschauen in der Morning. Es wird nachts. Was für schreckliche Gefahren dauern auf uns. Das wär. Wo? Auf der anderen Seite des Zuges. Oh, nee. Wir kommen da auf, ey. Biss lieber auf. Warte. Kommt man da auf, ey. Mh, mh, da vorne. Oh, da unten in, in Wasser. Oh, der hat kein Schwert. Der hat kein Schwert. Am Arsch. Einfach drüber laufen. Ja. Wurfang. So, oder hoch. Hast du dich gerade selber angezündet? Ja. Wurfang. Wollt ihn einfach von Craften für mich fern, okay? Ein richtig kluge Boy. Ja, ja. Der kommt. Ah, du kommst dann nicht hoch, ey. Das hat nicht den Bastard. Komm los. Da ist es rechts. Was ist das? Warte, schau mal für dich. Das kann ein Helmlauen. Aber ist das... Ich bin Backpack aber dann sollte ich auf... Ja, das hat dich aufmachen. So warte mal erstmal... Sagst du nur das Schwert, okay? Erstmal aufremen, jaja. Erstmal aufremen. Erstmal aufremen. Ne, hab ich schon nicht Schubstöcke. Oh, der hat eine Art Gold. nicht und machen wir so sehr gut aber ich bin ich auch auch nicht bei ersten Bede wir haben einen Fisch Ja, warte. Ah, noch ein Kerber, genau. Komm, komm weiter. Also, ne, rechtsblick auf dem Kompass. Ja, ich zieh's auf dem Kompass, das sag ich ja auch. Ja, damit du zum zweiten kommst, ja. Ja? Vermiss in der Mitte. Ja, das ist nicht in der Mitte. Ja, warte auf Wolfgang 2. Hm, Wolfgang 2. Okay, es sind noch drei Teams und ein Mensch. Also, ein einzelner Mensch. Ey, Wolfgang, schau mich an, ey. Irgendwie geh ich mit dem jetzt selber auf den Sack. Nö, nö. Mit Wolfgang. Echt? Oder? Ja, das ist es, aber du hörst auf dem Schatzschirm. Shit. Da unten in der Kanalisation. Na, die. Da unten. Ey, wie kommen wir da? Der da. Wo? Der. Da ist er rechts. Oh, der was? Der hat nur ein Stock. Ja, der hat gerade Sachen ausgebrochen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Gib mir, gib mir irgendein Schwert. Ja, ja. Du hast sicher irgendwas aufgesammelt. Ja. Scheiße. Ach, du hast was. Geh weg, geh weg, geh weg. Du hast es aufgesammelt. Ja, komm, komm mal hier. Nicht doch hier. Hier, warte mal. Nehm doch die Achse. Gib mir was zu essen. Ich bin fast hier. Ja, ihr. Ja, die hat nur ein Herz. Können wir was zu essen? Ich bin auch aufgericht. Mach es. Das ist ein Herz. Ich bin auch aufgericht. Ich hab mir auch aufgericht. Ich hab mir auch aufgericht. Ja, ich hab mir auch aufgericht. Ich hab mir auch aufgericht. wir sind gleich in der zweiten runde weil die runde war relativ gut wir sind wieder in einer runde drin vor einer runde hat heute eine dmap wir können wieder das mit dem bogen machen was ist das ja mit dem bogen weiterziehen also hier geben wir das ist die kiste der hinten ist die kiste oben oben sind auch die kisten ok dann gehen wir da raus ne 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 also ich sag nur dass oben die kisten sind ich geh mal raus also doch nicht doch doch ich geh an wenn du holst oben die kisten die kirk und damit er der kett ist der dr der ist er hat nichts er hat nur vier Pfeile bekommen er war eine Hurtzachst eine Hurtzachst okay ist gut schlacht immer ein paar wenn du kannst aber das ist ja kein Schusszeiger die wir vergessen Nee. Wir dürfen uns aber nicht verlieren. Ja, ich renne zurück. Ja, hallo. Pass auf, der hat einen Gottschweat. Ah, fuck! Hilf mich! Scheiße! Okay, hallo. Warte, ich lass mich gehen. Die Runde zählt, ne? Dicke, die aussieht. Oh mein Gott. Also mindestens zwei normale Runden müssen wir haben. Also... Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Okay,讓's play, EH? WUT? Pornobiest, Alter, richtig geil Name. Hallo Leute. Hallo. Ne, ist nicht fertig. Äh, wirst du, wirst du, wirst du. Mach bitte einladen. Da. Ja. Wolfgang. Wolfgang, hallo. Wolfgang. Hallo, hier zurück, 2. Runde, 2. Runde, 2. Runde, ja. Uuuh, aber... Ja. 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 Wow. Wolfgang. Jetzt hat dich so bekloppt, ey, nee. Ich mach die Türen auf und zu. Ich bin so ein richtiger Buller, Wolfgang, Kevin. Wolfgang, Kevin. Hi. Immer davor, der Start ist weg, das. Ja, weil hier, aber... Weil wir geportet werden, ach ja, endlich die... Wenn blockieren, 20% der damage taken ist, stehled back to the attack crew. Also immer schon blockieren. Okay. Ja. Das ist wie Hunger Games, oder? Ja, sicher. Ja, tschuldigung. Hab ich nicht gewusst, tschuldigung, Laura und Benete. Hunger Games. Schreibt mir in die Kommentare. Oh mein Gott, da wäre ein Steinschwert drin gewesen. Ob ihr... Oh, ne, ich werde gefisstet. Weg, schnell, weg, schnell. Geschlagen. Hoch, einfach hoch. Ach ne, Wolfgang, einfach weg, weg. Links. Also, du gehst da ran, okay, gut. Oh, ja, kein Junge. Gute, dass wer... Hm, das Käste ist sicher nicht gelootet doch doch. Nach links. Ach, ne, Schuhe. Schuhe and weed. Schuhe and weed. Schuhe and weed and nose. auch nicht das sind menschen mit menschen der jener so bescheuert aber die im selbe auch nicht für wieder nur kaka dort äpfel und blick so musste man schneller bei einer Käse sein wie ich weil ich immer so bin so manchmal siehst du da bist du schneller manchmal das ist manchmal so Wolfgänge halt ich will schon wieder ohne Waffe Mama nicht schauen bitte also ich finde das nicht gut nicht schon wieder nein er war ein Brust für mich also drüben ist eine Käse die hol ich mir die holte sie ich jetzt hätte ich die weiter weg schon nicht für nichts ja los konnte das ist ein richtiger Mist geworden hatte wir die schon hatten wir die Kiste schon nein hatten wir nicht wer richtig geile Kiste und seit wann habe ich ein fucking Backpack ich habe ein Schwert hast du zwar nett oder warst du einsteckenden Eisen schade dann nimm das was ich habe mein Kompas und was zu essen und ein Bogen und ich habe noch Schuhe für ach ne habe ich nicht hallo ja ich dachte ich wäre ausgefallen ja das ist ja komm wo ok da ist ein Wolfgang er hat ne Axt er hat ne Stein Axt ja nein nein Standbild nein 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 er hat er weiter weg für die aber er ist mit dem Bogen ok er ist nicht Distrikt 12 also das ist nicht besser mit dem Bogen er kann nicht ich bin bei dir holen ich bin ja sehr gut sehr gut ich habe die wenigstens zu denken hier hast du schon ok eine Waffe da hat er hinter uns kommen da hat er hinter uns kommen ok pass auf ich bin ich bin wo ist er oder na da kommen wir dir auch noch zu denken echt was tut man besser gehört für mich um hier essen essen wer kann Ake hier kuchen ein Stück Schindel er hat ihr mit dem Steak ich habe nur ein heißen aus dem Bogen ja ja äh Karepaka hat er er hat er äh hier und den hier so er jeden Tag in der Stadt statt er jeden Tag in der Land und ach ne 20 Minuten noch ne 20 Minuten ganzen 20 Minuten werden wir gebrochen da ist es schon da ist es schon da ist es schon komm komm kristen der Stadt wahrscheinlich irgendwer ab nicht mich schlagen nein weglaufen 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 und ich bin ich bin dort ich bin glättet ich habe jetzt eine richtige gute Kampo hier der Wolfgang hat mich getötet ja aber jetzt ist es schon eine lange Zeit oder können wir aufhören ja ok also mein Level fliegt der Unterhaltung manchmal ähm ich mach mal Slash Hub mach du auch Slash Hub dann stellen wir uns vor das Schild so ähm das waren jetzt zwei Runden wir haben ja leider nicht gewonnen so aufhören aber auch mehr ich suche doch so halt mich hier ich sehe dich nicht aufhören komm aufhören hab sie ich sehe dich ach hub sieben hub 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 erzählst du mir oder hinter dir ne mam ey ne ich stell dir einfach ne nachher kannst du das machen au ne kannst du das machen aber egal ich bin jetzt mal alleine hier so ach und das World Games ist nicht ganz vorn oben ja ist egal also mein Level fliegt der ddl 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 den Daumen runter schaut bei dem Typen da nicht vorbei, weil der hat keinen Kanal so. Vielleicht wird sich da mal in Zukunft vielleicht was ändern? Ne, okay. Wir haben leider nicht gewonnen, die zwei Runden so waren trotzdem da. Wir suchten einfach die ganze Zeit und nehmen dann vielleicht mal irgendwas auf. Und ich schlabere viel zu viel auf, Wolfgang. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, ich hab gebrennt so. Tschüss.